Er wird und das, was ich eigentlich streamen wollte, sehr, sehr schade, sehr, sehr schade. So, haben wir noch genug für sie? Voll süß. Wieder Insekten, Mehlwürmer, Hamsterrad. Ich hatte mal Kaninchen. Das ist aber auch schon eine Weile her. Ich bin mit Hunden groß geworden, hatte aber nie Zeit für Hunde. Weil ich ja arbeite und dann wäre der ja den halben Tag alleine. Und bin ich dann noch mal ... Das ist ja nix. Und Katzen bin ich allergisch gegen. Das fällt flach. Katzen, Meerschweinchen und Pferde bin ich allergisch. Das ist irgendwie so eine Gruppe. Gegen Hunde und Kaninchen und sowas bin ich nicht allergisch. Das ist ganz merkwürdig. So, okay, der Herr wird. Okay. Und dann blieb halt Kaninchen. Und dann war dann abends Knuddelzeit und füttern. Und ja, morgens natürlich auch, ne? Na ja. Aber jetzt habe ich keins mehr. Ich hatte zwei Kaninchen und jetzt habe ich keine mehr. So, ich habe auch nix mehr hier, ne? Das ist Mittag. Ich habe das alles weggekauft. Na okay, ein Vögelchen habe ich noch. Ich glaube, ich muss mal was nachkaufen. Das ist ja Wahnsinn. Na okay, wenn ich jetzt noch Fische habe, dann 7000 haben wir. Jetzt lass mich mal Kuki-Luki machen. So, warte mal. Ja, das ist klar. Die Vögel haben wir nicht mehr. Es ist ja noch ewig hin. Bis, achso, jetzt. Also, wir kaufen auf jeden Fall. Mal gucken, was sie jetzt noch kauft. So, warte mal. Hier ist. Gut. Oh, sie hat den letzten Vogel gekauft. Okay. Ach, schade. Jetzt wollte ich zumachen. Mal auffüllen kann. Also, zumindest die Tiere. Aber bis ich dann fertig bin, ist Nacht, ne? Kann ich das zwischendurch mal machen? Warte mal. Äh, Tiere. Und Männchen. Warte. Weibchen. Und Männchen. Und dann lass schon mal ein Stand für Fische holen. Weil die scheinen ja keinen Fischkrempel zu kaufen. Ich würde sagen, ein Käfig für männliche und ein Käfig für weibliche, dann... Ja, 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 das ist eine gute Idee. Aber ich will jetzt gleich nochmal die Fische mit reinnehmen, weil... Die ja irgendwie nichts für den Fischkrempel kaufen, wenn nicht Fische da sind. Habe ich das Gefühl. Weil von dem Fischkram haben sie ja gar nichts gekauft. Das wäre eine gute Idee. Weil jetzt kommen auch keine Kunden mehr, ne? Weil ich keine... Your orders have arrived. Dankeschön. Weil ich keine Tierchen mehr habe. Ja, kurz speichern. So. Äh, was kostet da nochmal so ein Käfig? 120. Ja komm, den packen wir jetzt noch dazu. Dann brauche ich noch ein... Nochmal. Und nochmal, dass das extra ist. So. So. Inventory. Das sieht so komisch aus. Das stellen wir mal daneben. Und obwohl es grün war, konnte man es nicht platzieren. Oh, Nase juckt. Das. Und das gibt uns. Dann machen wir hier die Männchen 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 So, und dann waren nur noch Weibchen, ne? Ja So, dann brauchen wir... Ups, ne, 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 ne Wie mach ich... Nein, du sollst das zumachen Wie mach ich denn dich sauber? Wie geht das? Keine Ahnung, wie ich den sauber machen muss. Muss ich das mit irgendeinem Werkzeug machen? So, dann haben wir das. Oh, jetzt geht's los. Jetzt habe ich hier nämlich... So, ich war aber noch nicht fertig. Aber ansonsten... Das Regal habe ich jetzt aufgestellt... Habe ich so ein Verkaufsding noch nicht... Verkaufsakt-Fallion habe ich noch nicht geholt, ne? Na, okay So, äh, hallo... Ja, ja... Dränge doch nicht rum Okay So, dann... Weil ich will ja... Die Fishies will ich auch noch sehen. Aber ich will nicht mehr so lange machen. Wollte ja um 8 eigentlich schon zumachen, aber... Äh, zumachen... Äh, also um 8 aufhören heute. Aber ich will doch mal die Fishies sehen. Nur mal Cookie-Lucky machen, wie die aussehen. Aber ich weiß nicht, wie ich die sauber machen muss. Wie geht das? Muss ich hier draufklicken? Ne? Habe ich hier irgendein Werkzeug, womit ich den Käfig sauber machen kann? Das ist für Fische. Das kann ich... Keine Ahnung, geht das so? Was? Der ist schon sauber. Huch! Na ja, okay, wenn du meinst, das 89 Prozent... Alles klar, jetzt weiter nimmst du die Bürste. So, das ist, wie gesagt, für Fische... Das auch für... Was ist das für... Keine Ahnung. Komme! Komme! So, jetzt gucken wir uns mal ein paar Fische an und dann... War es das erstmal für heute? So, Shop, Living Spaces. Das ist das Verkaufs-Dingsbums. Und dann lass mal gucken, was kann ich denn überhaupt schon? Die kann ich... Also, ich kann drei Sorten Fische. Muss ich darauf achten, dass die sich irgendwie vertragen oder so? Und ich muss irgendwie auch erst Wasser reinmachen. Da war ja was, ne? So, warte. Ich kaufe mal von jedem fünf. Dann soll er mir das hier selber zusammen mischen. Warum macht er das nicht? Muss ich ihm jetzt sagen, ob es Männchen oder Weibchen sind? Ist ja nervig. Hat er das bei denen auch? Männchen, Weibchen, so. Haben wir es jetzt, ja? Fisch-Selling. Achso, warte mal. Ich brauche ja dann auch noch so ein Ding. Filter. Atobasket, so. Fischfutter mache ich auch mal kurz extra. Dann muss ich das nicht aus dem Regal holen. Und, äh... Ja, das müsste es sein. Will die nun mal sehen, wie die aussehen, oder? Wie gesagt, Wasser muss ich reinmachen. Ich komme. Ja, nervt doch nicht. Ich habe es doch gesehen. Hörtsch. Jetzt siehst du, ich habe schon wieder nicht mehr genug. Jetzt ist eh bald Schluss. Dann kann ich auch in Ruhe auffüllen. Oh Gott, ich wollte mir die nochmal angucken. Was kostet denn Ausbau? 25.000 der Erste? Ne, wo war das? Ruhig. Keine Ahnung. Oder verwurzel ich das jetzt mit dem anderen Spiel? Mit dem Ausbauen? Ich weiß es nicht. Bin ein bisschen durcheinander. So, dann lass mal Kukiluki machen. Wir brauchen mal... Ich kann den Shop ja offen lassen, kommt ja eh keiner. Doch, jetzt kommt noch einer. Wir brauchen mal dieses... Dieses hier, ne? So. Dann packen wir hier... Müssen wir zwei Filtern? Ach nee, ich kann mir aussuchen, wo das hin soll, alles klar. Kann ich hier auch Pflanzen oder sowas reinmachen? Und dann sollte da ja irgendwie Wasser rein, ne? Ich komme. Was war denn das? War das Level Up? Oder was war das? So, lass gucken. Ja, das ist schon wieder... Nur bei den Weibchen sind zwei da. Jetzt ist wirklich alles leer gekauft hier, ne? So, jetzt lass mal gucken. Jetzt muss hier... Wasser rein, ne? Warte mal, wie gehen soll das denn? Muss ich das hier mitmachen? Für... Oh! Dann hänge ich das hier rein? Ah! Okay. Ah! Blubba, Blubba, Blubba! Blubba, Blubba, Blubba! 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 Ah! Was ist denn das Drain? Ach, das ist reinigen oder sowas, ne? So, jetzt können wir da die Fische reinmachen. Ich wollte ja nur mal sehen. Mal gucken, wie die aussehen, ne? Oh, so und jetzt können wir auch gleich mal Futter reinmachen. Futter? Ne. Halt! Äh, Futter. Äh, ju. Okay, ah, jetzt, alles klar. So, dann lass gucken wir mal an. Dann will ich noch die gelben. Was? Was hat er mir gerade gesagt? Irgendwas mit nicht identisch und hast du nicht gesehen? Ich muss mich leider verabschieden, aber du bist ja auch gleich durch. Ich danke für den Stream und allen noch einen schönen Abend und schönes Wochenende. Ja, danke, dass du da warst. Tschüssi, mach's gut. Was sagt er mir? Nun, hier müssen gleiche Fischereien. Ich kann hier nur, äh... Okay, es können nur eine Sorte... Ja, ich hab ja vorhin gesagt, ich muss gucken, ob die sich vertragen, ne? Da muss ich noch zwei so eine Depot-Dinger holen. Okay, das mach ich noch, damit ich die Fische hier nicht im, äh, Dings habe. Äh, im... Ja, okay, du brauchst für jede Gattung ein Becken. Das hab ich mir jetzt gerade. Äh, äh, Fisch-Selling. Add to Basket. Dann brauche ich noch zwei Filter. Äh, Futter hab ich noch. Okay, dann machen wir schnell. Damit ich die hier nicht die ganze Zeit, ne? Die brauchen ja... Dann platzieren wir die noch. Ich mach trotzdem mal zu jetzt. Ob ich das Spiel ja dann wieder enden will. Save. Bamba. Ach, ja. Und, äh, ich weiß jetzt, es ist nichts mit meinem Rechner, sondern es lag einfach nur an dem Spiel. Ich meine, es ist schon was mit meinem Rechner, weil der Rechner die Leistung nicht hat dann, äh... Ich weiß aber nicht, was jetzt an dem Spiel anders gewesen wäre. Weil das ist hier, ne? Eigentlich auch, ne? Gleiche Stadt, gleiche Engine, gleiche Leute. Supermarkt-Simulator ging ja auch. Sehr merkwürdig. Naja, man kann ein Spiel wahrscheinlich auch, äh, so programmieren, dass es einfach unheimlich viel Ressourcen ist, ne? Ja, so, dann wollen wir mal die... Na komm, place. Einmal und dann das andere noch placeen. So, dann brauchen wir die Accessoire. So, dann nochmal kurz füllen. Dumm, dumm, dumm. Und hier. Dann brauchen wir noch die Fischi, Fischi, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Habe ich mich hier verklickt? Warum sind das so viele? Ich habe doch von jeder Seite nur fünf gekauft. Achso, die hat er hier gleich mit reingepackt, oder was? Äh, egal. Das sind fünf. Fünf, drei. Okay. Ja, jetzt habe ich die... Hä? Er hat die jetzt automatisch da reingeplackt? Hä? Das ist doch ein Bug. Guck mal, hier schwimmen schon fünf drin. Dieses Spiel hat mir auch wirklich besser gefallen. Das davor, oder das hier jetzt. Ja, ich hatte ja auf das Spiel davor echt Bock, aber naja. Wollt ja nicht so wie ich so. Jetzt müssen wir die noch füttern. Ich bin jetzt auch weg. Wünsche dir noch viel Spaß und bedanke mich für den unterhaltsenden Stream. Schöne Feiertage. Ja, danke. Dir auch. So, dann haben wir das. Alles klar. Und, äh, ich würde das dann jetzt auch speichern und beenden. Ich wollte, wie gesagt, den Fischchen noch einen Lebensraum geben, ne? Und, äh, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Auch trotz dieser pannenden Anfang. Aber das, ja, da konnte ich ja halt nichts für, ne? Das wird mir jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich noch öfter passieren, dass manche Spiele nicht, zumindest im Stream, dann nicht mehr laufen, weil die Leistung nicht mehr reicht. Aber wie gesagt, ein halbes Jährchen musst du noch durchhalten, du mein Kleiner, ne? Oder entweder gibt es einen ganz neuen oder der wird aufgerüstet. Mal gucken. Da lasse ich mich nochmal beraten. Okay, ihr Lieben. Dann, äh, sag ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch schöne Pfingsten. Ich, äh, streame nächsten Samstag wieder. Mal sehen, was es dann gibt. Ich habe auch Urlaub, aber ich habe im Urlaub auch mal zwischendrin gestreamt, aber das werde ich diesen Urlaub sicherlich nicht machen. Ich muss mal ein paar Sachen ausprobieren, erledigen, mal mit ein paar Bekannten treffen und so weiter. Ne? Äh, und dann ist das halt mal so. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende, schöne Pfingsten und, äh, dann schlaft nachher schön und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. 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 Gut.